Locked and loaded herzlich willkommen liebe Freunde bei einer neuen Folge von Road to Sword Wars Games 2017 mit dem guten Flutter Fighter Wir spielen Skyfall 2... Was? Skyfall? Skyfall? Skyfall. Auf jeden Fall. Ja, Skyfall. Und wir müssen jetzt schnellstmöglich wirklich in die Mitte, weil... werdet ihr gleich sehen. Lasst euch überraschen. Apokalypse. Ja, Apokalypse trifft ganz gut, ja. So, ich habe auf meiner Kiste, äh, auf meiner Insel alles gelootet. Glaube ich. Ich weiß es leider nicht, weil normalerweise konnte man ja hier mal in den Inseln runter, genau hier. Weil hier ist nämlich ein Diamant, den will ich mir jetzt mitnehmen. Aber stimm nicht mit der Axt. Äh, Spitzacke. Nein, ich habe keine... Oh fuck, ich habe nur die, äh, Wooden Pick Akes. Ja, ich auch. Weil wir müssen jetzt trinken. Auf die nächste Inseln. Ja, dann mach mal. Ja, ja. Ich muss erstmal auf deine Insel. Oh, weil die Inseln werden halt immer... Oh, ich habe eine Angel. Die Inseln werden nämlich immer... Boah. Also die Äußeren werden immer... Gedingst. Gekaputtet. Seht ihr jetzt? Äh, kaputt gemacht. Zerstört. Hier. Seht ihr, jetzt kommen hier so tolle Feuerbälle runter. So Feuerballjunge. Bam. Und so, er macht... Bei mir noch nicht, weil ich in der Höhle bin. Ja, das heißt aber, dass wir uns schon mal irgendwo in die Mitte bauen sollten. Da, wo die anderen schon sind. Geil. Das ist schlecht. Ja. Ich glaube, das ist wunderschön. Wunderbar. Ich habe da irgendwas gehört. Ja, das bin ich. Wenn Apokalypse Zeit kommt, dann sollten wir auf jeden Fall hier verschwinden. Und... Warte mal, ich gehe mal hier lang. Aber man kriegt auch direkt Eisen aus dem Eisenhaus. Ja, Eisenbahn aus dem Eisenhaus. Ja, das ist schon ganz gut. Das stimmt wohl. Ich bin jetzt auf der nächsten Insel. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon gut ist oder nicht. Ich habe die Befürchtung, dass er nicht, aber okay. Das heißt, ich sollte eher ein Eisenschwert machen. Ja, ist vielleicht nicht schlecht. Ja, gut. Okay, jetzt hätte ich doch den Diabon. Ja, wir hätten noch so viel Zeit gehabt. Ja, es ist noch Zeit, denke ich mal. Ich weiß nicht, wo zum nächsten... Ja, okay. Nein. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Schnell. Ich kann dich bauen. Ja, komm. Springen. Jawohl. Sehr schön. Okay, aber hier ist nichts zu looten. Hier ist irgendwie nichts zu looten. Zumindest sehe ich hier nichts. Nein, hier waren schon Gegner, deswegen. Ach ja, ja stimmt, hier waren schon welche. Dann lasst uns jetzt mal auf die Anfelden zu. Die Kisten verschwinden dann. Da kommt einer. Das sehe ich. Hilfe. Ja, ich bin weg. Toll. Weißt du, erster Gegnerkontakt und gleich weg, ey. Come on. Oh man, vergiss es. Der Modus ist scheiße. Oh. Ja komm, dann starte mal die nächste Runde. Ja. Ach man, können wir nicht einmal irgendwann Erfolg haben. Obwohl die letzte Skywars Runde, ne, warte mal, was war denn das? Doch bei Skywars lief es ja einmal in der einen Runde. Ja. Da bin ich, glaube ich, zweiter geworden oder so. Ja. Eine Runde ist immerhin etwas. Ne, erster sogar. Vielleicht sind wir noch erster geworden? Ja. Ja. Okay, dann sind wir halt sogar noch erster geworden. Das ist natürlich auch schön. Hier geht es erstmal runter. Ja, wir erschienen. Was haben wir? Ja, wir erschienen. Ja. Okay. Ja. Okay, geht los. Ja, super. Ähm. Wir müssen wirklich einfach nur Kisten muten und schnell in die Meter rennen und dann zweite Kisten muten. Aber auch wirklich schnell leider. Das ist ein sehr zügiger Modus. Ja, auf jeden Fall. Also hier ist Zucht drin nur. Also du musst gar nicht die Kiste auf und einfach nur anklicken und weg. Ja, stimmt. Tatsache. Klar. Also ich habe einen Eisenswert für dich. Äh. Ich habe einen Bogen, Wooden Sharp und Iron Sword. Also alles in Ordnung. Also ein Schwert habe ich. Also ich habe sogar einen Eisenverzauber sein. Ja, ich auch. Habe ich auch auf, äh, ja, Knockback. Ja, hopp. Ich werde aber auch noch die nächste. Ja, auf welche Insel müssen wir jetzt? Auf die große hier, ne? Die direkt nebendran, ja. Oh komm. Ich bin voll gut in diesem Rüberbauen und so. Oh, wir sind schon hier. Bistolten. Ah, lieber Rüstung, hast du Rüstung? Ich habe dir das. Wow. Brauchst du noch Rüstung? Äh, ja. Ja, Hose und Schuhe bräuchte ich mindestens. Ja, hier. Alles unten. Da, alles da unten. Danke. Alles hier geworfen. Ich weiß, diese Kiselerbrüche, die explodiert auch. Oh, du lagst? Was? Ich weiß, die Insel lag, äh, da oben explodiert auch. Du brauchst die auf die andere Seite. Ja, ne, warte, ich bin bei dir. Weil wir sollten vielleicht zusammenbleiben. Hier sind keine andere Kiste mehr. Ja, natürlich, die aber nicht, die nächste hier. Wow. Pfeil auf uns. Äh, Diaz. Wow, wow, wow. Äh, ich werde abgeschlagen. Ich bin tot. Ah, ich auch. Ja, super. Nächste Runde los. Flott, weiter. Äh. Wir machen jetzt einfach, äh, Hardcore-Runden und fertig. Scheiß drauf. Hauptsache, die Menge stimmt am Ende, ne? Ist egal, ob wir gewinnen oder nicht, ob wir verlieren. Hauptsache, wir haben genug Runden hier. Schön wär's, wenn's danach ginge. Warum verlieren wir alles? Ganz ehrlich, warum verlieren wir alles? Kann kein Mensch so schlecht sein wie wir? Ja, das geht einfach nicht. Das ist die Franzose. Ja, toll. Das ist ein französischer Server, auf dem wir jetzt spielen. Weil uns irgendwie die deutsche und amerikanische und alle irgendwie schon zum Halse raushen. Die wissen wir um französische Server, ja. International betreten. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich Frankreich auch mal unterstützen hier. Weiß noch nicht warum, aber machen wir. Die Frankreicher. Die Frankreicher, ja. Die sprechen alle Parisisch. Tragen auch gerne Pariser. Nicht zu wechseln mit Frankreicher. Genau, das ist nur im Süden Franzosiens. Äh, Frankreichs. Das ist nur ein Dialekt. Genau, das ist ein Dialekt. Genau wie Bayerisch. Wie Bayerisch ist eine komplett andere Sprache. Ja, Bayerisch ist eine komplett andere Sprache. Ja, das stimmt auch wieder. Also Bayerisch verstehe ich teilweise gar nicht. Ich schon. Ja, du kommst ja auch aus der Ecke da unten. Ja, in der Nähe. Ja, aber die Nähe. Du bist näher dran als ich hier im hohen Norden. Der hohen Norden. Kiste, 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 Kiste. Und die halt auf die nächste. Es sind doch immer drei Kisten pro Insel. Oder nicht. Da. Ja, normalerweise. Ähm. Wooden Swords, Knockback, Sharpness. Scheiß auf, packen wir beide da hin. So. Ey. Auf die nächste. Ja. Ach, ja danke. Bitte. Habe ich keinen getragen. Brauchst du nochmal Stiefel? Nein, ich brauche nur eine Brustplatte. Ja, aber ich habe Eisen. Dafür habe ich Hose und Schuhe. Warte, nimm mal hier. Ich habe Eisenschuhe doppelt. Hä, war es das jetzt schon in den Kisten hier? Muss doch noch eine sein. Ja. Ne. Ah ne, da sind welche Gegner. Ja, wohin sonst? Warte, ich habe einen Pfeil und äh. Nein. Fuck. Worüber? Da rüber, vielleicht. Ach so. Aber dann müssen wir halt auch schnell weg. Der Modus ist sehr zügig. Ja, das stimmt. Das hast du auch schon gut erkannt. Alter! Ich hoffe, ich spüre dich jetzt nicht weiter. Ja, jetzt müssen wir schnell weg. Bau dich mal hier hoch. Genau. Oder bau uns mal da hoch. Fuck. So, Treppe. Jawohl, nächste Kisteninsel. Schade. Ich habe echt super Zeug. Muss ich echt sagen. Ich habe Tränke. Geil. Und einen Eisenhelm. Das ist schon mal gut. Wurden... Iron. Jawohl. Okay. Ist da jemand? Ich sehe nichts. Nein. Auf der Insel? Ich sehe nichts. Nein. Ach doch, da neben uns. Ja, die sind neben uns. Das habe ich schon gesehen. Ein Diaschwert. Ein Diaschwert. Ja, ich habe Diaschwert. Ja. Geil. Fuck, ey. Ich habe noch 8. Da habe ich und... Nee, ich habe Power 1 eigentlich nur auf dem Fall. Ja, schieß doch ruhig auf uns. Wir können ja nicht runterfallen. Ja. Und so richtig Schaden machen die auch nicht unbedingt. Auf den nächsten Inseln sind schon welche. Ja, das ist ja auf die Mitteldiense. Schade, ich dachte ich habe ihn gekriegt. Oh nein, nein, nein. Ui, ich habe fast runtergefahren. Scheiße. Ich habe ein halbes Herz. Ich wollte alle auf der Essen. Du hast wenigstens welche. Ja, pack mal rein. Toll, das heißt, ich habe ein halbes Herz. Ja, ich bin tot. Ja, die kam rüber. Ist ja klar. Ja, ok. War ja logisch. Ja, aber... Ich bin besser geworden. Wir werden langsam... fangen wir den Modus raus. Ja, komm. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Wir spielen jeden Modus eigentlich zum ersten Mal. Irgendwie. Das ist das Schlimme. Eine Runde geht jetzt noch. Komm. Die Runde lief echt schon besser. Lag daran, dass wir schnell vorangekommen sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, der Modus ist ja schnell. Der ist sehr schnell, ja. Gewöhnungsbedürftig. Magst du eher langsam. Also, liebe Freunde, es wird natürlich auch noch mal vor den Sword Wars Games, also vor dem dritten, zweiten. Was kann ich mir so lange hin? Knapp zwei Wochen noch, glaube ich. Oder gut, genau zwei Wochen eigentlich. Gibt es natürlich noch mal den einen oder anderen Stream dazu. Sollte mal gucken, wann wir sagen euch Bescheid, denke ich mal. Ja. Bei mir das Ganze auf Twitch, bei ihm das Ganze wahrscheinlich hier auf YouTube dann. Ja. Ne, auf YouPorn. Auf YouPorn. Ja, okay. Auf den Livecam-Seiten natürlich. Im Livecam-Modus. Bei YouTube. YouTube. Ja, bei ihm ist dann ein Link. YouPorn.com slash gay slash livecam. Äh, was? Nein. Nicht? Ich dachte. Okay. Nee. Ich verwechselt mit... Ein bisschen. Ja. Oh, das war doch mal ein Move, Alter, ey. Okay. Okay, ich hab wieder Pfeile, das ist gut. Oh, Iron Hose sofort. Nein. Sofort wieder Pfeile. Äh, die brauch ich da runter. Ach komm, vergiss es. Jo, hier ist der nächste... Ach, das bist du. Ja, bau dich schon mal rüber. Ich hab... Ach, da. Da dann. Fuck. Warte mal. Wie zur Hölle ist... Na ja. Ach, das ist Standard da, okay. Bau dich schon mal rüber? Jaaa. Junge. Ja, ich komm jetzt auch. Ja, wo bist du? Oh, ein guter Bogen. Wo bist du? Ja, auf der nächsten Insel. Auf der weißen hier. Hallo. Ja, ich müsste mich dann erstmal zu dir bauen. Power 1 Bogen. Ich kann mir eigentlich halt und sowas craften, aber... Kalypse gut. Mir egal. Ne, ich mach mir direkt mit dem Diasperr. Äh, ich baue schon mal zur nächsten Insel irgendwie ein bisschen drüber. Fuck, da sind schon welche in der Nähe. Na toll. So, also ich hab mal Diasperr. Mal hier runter. Was hab ich jetzt alles? Iron Sword. Okay, nehmen wir. Angel hab ich auch. Ähm. Ne, das ist ja doof. Den hab ich sowieso. Okay. Schneebälle, Schuhe, die wechseln wir. Ah, eine Brustplatte hab ich auch. Okay. So, jetzt geht's auf die nächste Insel. Ach, gut, ich komm noch. Okay, das ist gut. Jawohl, ich hab einen getötet. Gut. Killed bei Teddygun. Jawohl. Läuft doch. War zwar Killsteal, aber ist egal. Hauptsache Kill. Schade. Der kam nicht so weit. Äh, ja, Hauptsache Kill. Hier müsste eigentlich noch eine Kiste sein, dachte ich, aber ist nicht. Oh fuck. Ne, das ist eine weiter. Ja. Ja. Ja, gehen wir mal hier. Wow. Okay, hier rüber. Denk ich mal. Erstmal, weil das ist zwar auch eine, aber dergleichen Art und Weise, glaube ich. Äh, yo. Ah, hier liegt ein Zeug. Oh, ich hab Pfeile. Richtige Zeug. Ja, hier sind auch, hier hab ich den getötet. Dann geb ich dir hier mal einen Goldapfel. Hier. Haben die zugeschmissen. Brauchst du Eisenhelm? Ne, hast du schon. Hä, wo? Wo ist er? Ach, da ist er. Äh, Eisenhelm hab ich, ich hab nur keine Eisenbrustplatte oder sowas. Ne, Eisenbrustplatte hab ich auch nicht. Aber ich kann den dir Schwert machen. Ja, dann mach mal. Aua. Wir müssten gleich weg von der Insel, ist dir klar, ne? Ja, dann baue ich schon mal rüber. Ich hab kaum noch... Achso, da, ich hab noch Sandstein. Es kommen Leute her. Okay, dann werfst du irgendwie ab. Schneeblein oder sowas. Ja, witzig. Ich darf weg von der Insel. Ja, witzbold. Jetzt ist es weg. Weil die Insel geht kaputt. Ne, jetzt noch die vorne dran, gut. Alter, haben die gute Bögen. Macht richtig schade. Hast du schon eine Eisenhose? Wow, 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 wow. Nein, ja. Doch hast du. Okay. Dann machen wir Schuhe. Scheiße, ja, das bringt ja jetzt eh nichts, ne? Ich kann den Goldapfel jetzt mal essen. Bringt zwar eh nicht, wir kommen nicht mehr weiter hier, aber ist ja egal. Die kommen her, die kommen her, die kommen her, die kommen her. Echt? Ja. Ah, hier ist ein Diaschwert. Ah, ne. Kann ich den mal geben. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ah, ich bin tot. Ja, ich auch. Nein. Doch. Tatsächlich. Mit dem Diaschwert hab ich gekriegt, oh man. Wie dann geht jetzt die Pause? 18 Minuten schon wieder. Das reicht auch für heute. Für eine Failrunde, auf jeden Fall. Und würde ich sagen, liebe Freunde, das war eine weitere Runde von Road to Sword Wars Games 2017. Und wir sehen uns dann übermorgen, wenn alles klappt, wieder mit einer neuen Folge. Wie gesagt, Livestreams, da werden wir euch nochmal informieren. Oder auch nicht. Je nachdem, wie wir das wollen. Also ich werde auf jeden Fall informieren, denke ich mal. Weil es auf YouTube und Twitch und so. Egal. Wir haben gefällt, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.